Hallo Leute, heute bin ich auf etwas sehr Interessantes auf YouTube gestoßen. Und zwar, hier sieht man News von angeblich ORF. Leute halten irgendein Formular oder es soll so aussehen und darunter einen Text. Alle österreichischen Staatsbürger können diese Zahlung vom Staat erhalten, indem sie einfach ein Formular ausfüllen. Für mehr Informationen und so weiter und eine Quelle. Hier genauso. Irgendwelche Männer, die jubeln und darunter genau derselbe Text. Und ganz am Ende, diese Werbeeinblendung, eine Quelle. Hier genauso. Selber Text, aber ein anderes Bild. Einfach so. Aber wenn wir ganz unten hinsehen, sehen wir ausführliche Darstellung. Gesponsert. Offizielle Plattform. Und dann machen wir etwas Interessantes. Schauen wir mal dieses Bild genauer an. Was sehen wir genau hier? Das sieht aber nicht nach einer österreichischen Tageszeitung aus, oder? Das ist Tribune der Geneve. Keine Ahnung. Eine Tageszeitung aus der Schweiz. Aber klicken wir mal auf diese drei Punkte bei dieser Werbung. Dann sehen wir, dass ein anderes Feld aufgeht. Und zwar dieses hier. Das, da sieht man einfach so, welche Werbetreibenden hier werben auf YouTube. Und hier sehen wir Hongkong. Also eine Werbung, die gezeigt wird in Österreich mit einer Tageszeitung aus der Schweiz. Und die Firma, die hier wirbt, ist in Hongkong. Und dann bin ich auf das hier gestoßen. Also ein Bericht von Heiser, der besagt, wie man Werbung meldet. Und das geht ganz einfach. Man klickt einfach auf diese drei Punkte. Aber einen anderen Bericht fand ich auch sehr interessant. Und zwar den von Golem. Cyberkriminelle verbreiten Malware vermehrt auf YouTube. Und das stimmt. Wenn man einfach so irgendwas herunterlädt und irgendwas ausfüllt, dann könnte es sein, dass der PC oder das Smartphone oder wo auch immer ihr ins Internet geht, befallen wird. Um das zu vermeiden, verlinke ich euch die ganzen Sachen nochmal unten in den Text. Lasst ein Abo da, ein Like und passt einfach auf, wenn ihr ins Internet geht.